KMS 104, 104 Plus und 105. Ich als Sänger habe das große Glück, Konzerte geben zu dürfen, auf Tour zu gehen und so weiter. Und für mich ist es natürlich immens wichtig, für mein Publikum den bestmöglichen Sound auf die Bühne zu transportieren. In Live-Situationen findet man ja häufig dynamische Mikrofone, die lösen aber manchmal nicht so gut auf. Und da ist die KMS ja der natürlichen wahrer Segen, den Kondensator-Studio-Mikrofon-Sound in der Live-Situation zu haben. Das gibt als Performer natürlich ganz große Sicherheit, zumal es so wenig Einsteuerungen, auch so wenig Rückkopplungen gibt. Es ist einfach angenehm damit zu arbeiten, vor allem wenn man wie ich mit In-Ear-Monitoring arbeitet. Und das Coole finde ich, man kann die Mikros dann einpacken, nach dem Gig mit in die Home-Studio-Situation beispielsweise nehmen und wirklich sehr, sehr flexibel anwenden.